Herzlich Willkommen zurück zu Trine 5. Oh. Das war aber, das war gewollt so. Mhm. Da muss die Kugel drauf. Jetzt mach die Kugel hin. Achso. Damit man das drehen kann. Aua. Andersrum. Willst du mitkommen? Nö. Kann ich ja nicht, wenn du da stehst. Doch, auf dem Kopf oben drauf. Ja, geh doch mal weg da, dann geht die doch automatisch runter. Nee, komm mal hier hoch. Ach, geh doch erstmal weg. Und dann? Dann kann ich vielleicht auch mal hoch, wenn du nicht immer blockierst. Ja, dann bleib ich halt hier unten, bitte sehr. Dann geh ich halt als Erste. Okay, den oberen Teil hab ich gemacht. Mit Sicherheit nicht, weil da sind noch mehr Plattformen. Das war nicht, dass wir da eine Kugel brauchen. Schieß mal. Ich weiß nicht, wo das hingeht. Achso, du musst machen. Achso. Achso. Leg mir hier unten was vor. Der untere hier. Leg dir mal ein Viereck vor. Ich weiß nicht, dass das hier unten aus ist. Kannst du da oben? Achso, du hast da schon eine Kugel hingemacht. Ja, das ist scheiße. Ja, mit der Kugel war ich mir nicht sicher, aber das scheint zu funktionieren, okay? Okay, ich bin ein Zauberer. Kannst du natürlich auch ohne Schutz machen? Das kann man auch ohne Schutz machen. Man muss nicht immer einen Schutz haben. Oh, Magnete. Zum Glück reagiert meine Rüstung nicht. Geh mal weg da. Ist das ein Magnet? Ah, okay. Ja. Was bringt uns das? Das kannst du dann in der Position irgendwie machen, wie du willst. Mach das doch mal höher. Ja, das war jetzt... Ja, das war schlau. Versetzen müssten wir das mal. Ich weiß, dass ich schlau bin. Hier, mach das doch mal. So. Da oben hin. Kommst du da so hoch? Ja. Ja. Mach mal hier hin, eins. Nein, wollte das gehen. Hat wunderbar funktioniert, danke. Ja, aber wir müssen da oben noch hin. Da ist für den stabilen noch was. Das hört sich jetzt hingekommen worden. Mach mal das eine Wettbewerb. Warte, warte, warte. Das Problem ist, ich kann das nicht... Nee, geh mal da runter. Warum? Weil ich das sonst nicht machen kann. Du sollst ja das nicht verändern, erst mal. Du musst schon mit hochkommen. Warum? Ich kann nicht auch unten zurücklassen, aber... Die Frage ist jetzt nur, wir müssen ganz nach oben, oder? Nee, aber warum ist da ein Magnet? Oder damit du da... Nee, warte mal. Rechts ist was, wo du dranhangeln kannst. Ja, das macht das runter. Komm mal hier hoch. Komm mal hier hoch. Ja, aber ich muss da hin, auf die andere Seite. So. Nee, das geht nicht. Die Frage ist jetzt... Wieso habe ich das jetzt gedreht? So. Na! Oh! Oh! Oder es holt was runter. Kommt sie ran? Warte mal, kann ich jetzt... Geplant war eigentlich, dass du... Aua! Das war mein haul. Geplant war eigentlich, dass du hier... Dich daran hangeln kannst und drüber springen kannst. Hier drüben ist auch noch irgendwas dahin. Warte mal, warte mal. Da hinten ist auch noch was. jetzt kann ich da nicht haben wir da drauf steht scheiße ja ich hasse das warum wird das dann immer registriert und machen wir das ab hier wieder und machen wir ja so geht es auch das war ja das was ich gesagt habe ich machen wollte eigentlich gesagt hat es nicht so jetzt musst du mit dem schwerfälligen musste dagegen rennen jetzt kommen wir mal zurück was denn kommen gehen wir ganz auf die plattform hinten noch mal da hinten in der ecke war auch noch was ja weiter 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 ja das reicht doch damit du da hoch kann ich will ja nicht da hoch wieso willst du nicht da hoch ich komme da eh nicht hoch wie soll ich da hochkommen schießt doch einfach mal ja und dann seid ihr war noch was deshalb sollte ja noch mal hier rüber kommen da ist doch gar nicht doch da ist ein holz verschlag aber wir nehmen damit er nicht alles mit da oben ist der holz verschlag und dahinter ist was da müsstest du aber noch mal warte mal kannst du das ding unten mal darüber setzen sehen den denen ich auswählen das ist so das andere an er nimmt dann nimmt das die platz so ja klar weil wir da drauf stehen nimm die plattform ja geht nicht wir stehen da drauf wie oft noch da müssen wir unten hin so jetzt kommen wir runter eigentlich wollte ich das ding erst mal versetzen bevor ich darunter springe weil so ist das scheiße mit hoch springen wieder ja reicht wenn ich dranhängen so kommt man nämlich besser hoch so jetzt gehen wir darüber dann kann ich nach unten wieder nicht wegen deinem dickkopf der höhe stopp 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 also immer wie geht das nein das bin ich unten da ist ich sehste ja kommst du da hoch ich weiß nicht reicht das schon nein sonst kannst du ja mal eben auf die andere wechseln das ist ja nicht das problem wie geht das denn denn nun mal wie kann ich nur mal vorsprechen ich habe das mit x aber ja hier ist doch eine goldene kiste und noch was anderes hier kommen wir hier rüber ach hier ist noch mehr das ist ein geheim level sie ist die kreuzworträtsel drin sehr gut solltest du nicht leben hast nicht gelesen kann nichts lesen du sollst darauf schießen ja moment darf ich mir mal etwas nein hier wird nichts getrunken ich darf ja auch keinen cut machen ich bin schon bei über einer stunde aufnahme ja dann musst du das auch mal darüber machen kann ich nicht weil du wieder alles blockiert danke ich hatte es gerade ausgewählt aber ich darf hier nichts machen immer das ist jetzt die seite macht die mal nach oben hier das ist die andere seite aber wir brauchen noch eins sie machen wir wollen ach da oben drauf müssen wir uns haben ach so da ich das leg das mal oben ableihen aber ich kann ja nicht beides noch hier neben noch ein vier kind legen oben drauf nur liegen oder warte mal ja ich kann noch ach so ja stimmt dass es drauflegen ja hast du deinen willen wieder und meine sachen eingesammelt oh hier ist kein ding warum sagst du mir das nicht stimmt die sachen sind jetzt hier weg ich mach weit aua das war ungefähr hier glaube ich ne kannst du mir mal eben helfen da hoch zu kommen wie soll ich da hoppen ja so nicht obwohl so kommst du wenigstens auch hoch naja ich hätte es noch ein bisschen anders machen da nicht geht aber doch jetzt das reicht aber das war etwas höher ganz hoch am rand was haben wir denn jetzt da eben gehabt wir haben das oben runter geht aber das geht auch das geht auch manchmal meinst du dann auf die andere seite und dann ist doch nur noch hier raus das ist mir aber ein bisschen zu ja dann komm mach es noch schöner ja ich hab halt den ne den alten hier der hat das eben schon registriert ne und jetzt die frage ist was ist unten ich guck mal also unten stirbst du aber warte mal nee warte mal ich weiß was nein ich hab den ja ach nee nee komm ich da ich muss doch da durch nein du musst die kugel von oben machen von oben drauf legen nicht mehr die kugel oben drauf das ding macht keinen sinn warte seit wann macht das keinen sinn dass du dich da hochhangeln kannst aber da hast du ja nix von nö aber wenigstens kommst du erstmal weiter das ist ja das wichtigste du weißt schon dass der erstmal auf die andere seite springen muss ah doch ja wenn du wechselst dann komm ich auch rauf hier sind Viecher warte kann ich oh jetzt hab ich mich verkörpst warte mal das wollte ich nicht hast du clever gemacht Schatz muss ich schon sagen unter uns ist was zum festhalten aber das bringt uns auch nix ähm was ist mit den dingern ne dann gehen die nur runter haha ich kann das noch mal schon dass ich das gemacht habe so jetzt also ich könnte hier dann noch eins hin machen damit er erstmal rüber springen kannst die frage ist nur ja aber wo willst du es hin machen da ja aber da komme ich nicht doch ich kann mich anzeilen oh das geht nee das geht nicht ja das ist das problem du musst auch beide drauf haben auch beide drauf geht nicht das geht beides runter ich habe ich habe gesagt du musst schnell sein aber du lässt mich nicht ausreden ich war zu schnell für dich warte mal ich weiß nicht ob uns das ja doch da kannst du dich doch erstmal dran rumhangeln warte da komme ich auch so rüber okay aber nicht so ganz ich wollte dir ja helfen aber es funktioniert gut warte mal ich bin drüben mach mal auf warte mal damit du da nicht direkt runter stürzt aber ich warte auf dich hier du kannst meinen ja ja das geht nicht wo die doch das geht ja das habe ich gemacht boah warte 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 ich muss mal eben einen kleinen cut machen weil meine aufnahme schon so lang ist eine sekunde so wir wollen ja nicht dass da noch irgendwas mit passiert mit der aufnahme ne äh so ich kann das oben ablenken aber ich weiß nicht nein du sollst unten ne ne ob wir eventuell unten das hier unten reinstecken ja reinmachen können genau klingt ja aber nichts wenn du da einfach rein springst ja ich wollte dich da drauf stellen du musst das ding nach oben halten zum nächsten die frage ist nur wie kriege ich dich dann da hoch aber warte mal das geht ich könnte dir theoretisch das problem ist da komme ich nicht hin boah wieso ist der zu hoch gesprungen erst mal runter erst mal runter ja es geht hallo hallo in den anderen zur Not warte achso jetzt kommst du da nicht rüber ne ja jetzt musst du mir die äh achso warte mal so jetzt musst du mir erst mal links dieses Eck hier rein machen ja wieso ist das jetzt da oben nein ne ach man ey ja warte 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 äh warte mal 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 kannst du da oben drauf schießen ah ne das geht dann direkt weg ne ich kann was anderes machen ich kann was anderes machen mach mal mach mal bitte ja es war so klar dass der das nicht hin oder so wir haben es geschafft das ist einmal was macht der kampf war schon lange vorbei wurde aber der kopf wieder später nicht das herunterholen warum machst du es nicht ich wollte was ausprobieren macht das mal am rand bitte ich wollte es hier eigentlich hin machen aber du warst so ja ja so ist gut ja wo muss der hin muss der nicht links hin macht das mal gar nicht runterziehen ab das wie soll ich hier runterziehen ja dann schießen dann geht aber wieder runter so ja und jetzt fast perfekt ach so warte macht er dass er muss genau er muss genau gleich mit dem einen stehen hier oben ja aber wir kriegen wir das hin aber das wird schwierig er war gar nicht gespürt okay und jetzt versuch mal da hoch zu kommen kann sich ja daran hangeln hallo auch man ey was ist das so musste hier hochkommen ich komme hier auf das seil drauf weder mit laufen noch mit springen immer den anderen immer sie auf das seil kommst du nicht das zu steil du musst an den würfel springen aber nicht so jetzt ja fast du schaffst das was ist das für eine anzeige gerade gewesen warte mal ehrlich das ist wahrscheinlich ein paar bomben so ein angriff ne ach doch ich habe eine bombe da unten explodiert wieder alles da übrigens ist hier oben was um das da dran zu machen magnetisch macht das jetzt so zu blöd ja aber jetzt hängst du auch da und was haben wir jetzt davon das weiß ich nicht was gesagt ich soll hochkommen ja weil wir müssten aber eigentlich dass da oben machen immer jetzt diesen markt man nicht runter was ist denn immer ja nein ich kann uns nicht obwohl das ging auch ich wollte aber eigentlich links rum und da hinten noch hoch ich kann nicht nach links wieso kann ich nicht das für ein mist ich kann nicht zu dir rüber keine ahnung warum ich weiß nicht ob uns das weiterhilft aber ich bin jetzt runter wo bin ich jetzt hilfe hallo kommst du ran von unten ne 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 aber von da komme ich ran also du könntest auf jeden fall theoretisch rechts rein springen nur ich will natürlich eigentlich dass so nach links gut aber wir müssen auf die andere seite ja aber dann müsste man ach warte mal scheiße ich sehe hier nichts mehr das ist mein problem ich komme da gar nicht hin das ist zu weit zu jetzt ist näher ran machen müssen so komme ich nicht darüber wo solche näher an nach rechts oder was mein nach links dann ist ja alles zu das hält nicht kannst du willst du jetzt links hoch oder willst du jetzt rechts hoch warte warte mal hält das da hinten dran so bist du ein komm hä was ist jetzt los wieso kann ich das nicht bewegen hallo was macht ihr hier nein ich will das was ich amüsiert hatte haben kannst du mir mal einen gefallen tun und mal den unten abmachen den ich los schießen kann äh den ich um ändern kann der untere von dem magnet weg machen ja aber da habe ich nichts von kannst du dich doch da dran hangeln oder nicht ja aber ich komme ja nicht hoch aber warte mal warte mal nee das geht ja nicht wenn ich jetzt wechsel dann fällt da runter nee also es wäre immer schön das ding ist aber komplett magnetisch oder warte mal ich sehe nichts links kommst du daran von links ja aber ich komme jetzt nicht mehr an dem rand vorbei das ist so nah daran gemacht ja das ist das ist ja meine frage weil ich sehe wie gesagt jetzt komme ich dann so eher so ist gut ja das ist so scheiße du kannst nicht sehen hier ich kann nur sehen wir jetzt darauf springen die nächste frage wäre jetzt kannst du dich oben haben moment 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 hier ist irgendetwas nein auch jetzt höher machen soll deswegen ja meine frage ob du das nach oben schießen kannst dann hätte ich das untere nämlich versetzen können ach man kannst du die beiden nicht verbinden links und rechts und dann drauf klettern wo denn hier oben ja rechts drauf schießen nee rechts kannst du das nicht amüsieren was so senkrecht ist so war ja eigentlich die ganze zeit geplant ich bin dann hier mal ne runde ab ist ein bonus ding nein wie soll ich denn da hochkommt ja wechsel ich wechsle auf den schweren jetzt nimmer sie damit kommst du da hoch einfach hochseilen an dem ding ja schön wärs warte mal eben ich muss mal eben hier oben ist auch noch ein haken wir sind so doof ganz hier oben ist ein haken hätte man sich auch hochseilen können naja komm komm dass der das dann so scheiße amüsiert ich weiß nicht ob du den haken direkt getroffen hat das neue bestellung kreide zwei ritualkerzen kessel klein reinigungstücher für sonnenbrillen ich bitte darum diese bestellung zu mir nach hause zu liefern das war jetzt alles aber ich wohne im gebäude direkt daneben herr düster interessante dinge vielleicht ist dieser herr düster künstler und bastler ja du hast das ding weggemacht das schwert aber hier oben ist glaube ich aber nichts mehr aber moment jetzt müssen wir machen wie kommen wenn jetzt da hoch will überhaupt da komme ich hoch so wie eben ja so aber wie genau ich springt ja durch das seil durch hallo ja weil er jetzt gehen springen ja was soll ich schon aber wie kommen wir jetzt dahin da oben jetzt kriege ich das untere nicht amüsiert ich kann das untere nicht so kannst du das da und dran machen dann nein nein er hat das falsche an wie sie willst du mich hier frei app ich komme nicht dran weil du da dran bist das komme ich gar nicht das war jetzt auch nicht so clever ich da hoch kannst du was können wir denn da machen dass das festklimmt aua nein ich komme noch nicht durch das ist nicht genug ich bin so dick es geht nicht wir müssen anders durch mach es doch mal runter dass es darf ja so dass du von links dran springen ist wie das eben hatten meinst du ja aber ich stehst dran du stehst dran pass auf kannst du kannst du das fliegende ding das fliegende ding mal nehmen und rausziehen ja das darf nicht an dem brand wenn du nicht da dran bist kommt das doch an ihr dann kommt das nicht runter nein du solltest mal wegnehmen bitte nimmst mal raus und ja das nützt mir nur nix dann wenn ich es los das wir sind voll wissen voll wir sind blau wissen klar wir haben fertigkeiten ich weiß nicht ob die uns jetzt hier eventuell weiter gucken mal gerade die sammlung über die grundstücke nein wo er geht dann muss man springen ja ich dachte ich guck gerade was wo muss ich hinspringen ja jetzt ist natürlich weg ich dachte nach rechts wo du gerade war es ja weil hier oben musste plattform erzählen die müssen da drauf legen wo er da hinten ja ich habe es geahnt hier geht es runter das kannst du nur kurzfristig machen also da kannst du rüber springen hier geht es auch nur ein stückchen nach links rein aber ich weiß jetzt nicht ob das jetzt was hast du gemacht hallo nimmt er mir einfach die kugel weg also den würfel ich bin drüben kannst du kannst ja mit dem anderen probieren mit ihr aber du kannst auch so probieren nein mach da mal eine fläche vor ich wollte das herz machen aber ich weiß nicht ob das hält wir haben sie geschützt dass du da gar nichts vormachen kannst so kann ich das nicht stimmt nein warte mal warte mal ja genau so geht das rein aber oben links müssen kannst du das aufschließen oben links damit ich da was ran machen kann ne aufschließen geht gar nicht doch 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 und jetzt das geht aber damit nicht ach so das geht nur mit dem schweren da muss ich da hin mit dem anderen ja warte 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 muss ich das vielleicht ein bisschen höher machen ne 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 ja damit du nicht direkt in dem ding hängst oder noch ein bisschen höher kannst du ein schwert dahin werfen auf die andere seite ne ne nicht dahin ne ne nicht dahin auf die andere seite na echt jetzt ja also ich kann kein schwert auf dieses ding werfen das ist nur du scherz ne das kannst du auch nicht du solltest das versuchen auf der anderen aber wenn da kein Metall ist gibt es eh nicht ne ne warte mal nehmen wir noch einen ne du stehst da immer noch im weg das ist doch cool ne ja dann geh doch mal weg ach so mal ich kann hier nichts machen wenn ach so wegen dem ding ach man kann hier nix hinlegen man kann nix hinlegen ne das ist extra gemacht dass das nicht geht ne ne das ist auch cool ja ja aber dann komm ich ja nicht da hoch wenn ich nicht du sein kann das ist das problem oder ne ich probier mal aber ich glaub nicht dass es funktioniert ne ne das ist doch ziemlich schön ach so dann nimmt er das auch nicht äh ja 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 warte geh mal auf den zauberer ne ja dann ist das Seil weg na ja dann stehst du noch kurz naja du musst nicht mal springen ne ne mach mal nix da oben hin oder renn da hinten nein aber ich hab es ja doch scheiß jetzt kannst du da das Ding hin machen ach so jetzt kann ich den zauberer nicht mehr ach so warte ne Das war nicht optimal Nein, wieso hat der das andere jetzt? Hallo Boah, nimm das bloß nicht ein bisschen Ja, jetzt aber Ich nehme mal trotzdem Vorsitzende Aber wie kommst du jetzt da oben mit? Nein Was hast du jetzt wieder gemacht? Hä, der sollte da hinten das Messer drüber werfen Wieso hat der das nicht gemacht? Ja, der hat es abgehauen Du hast es abgeschlagen Ich wollte eigentlich stehen bleiben Geh mal lieber ein Stück zurück Ach nee, ich muss dir Du musst die beiden Dinger verbinden Anders geht das nicht Könnte natürlich das nicht Nee, das geht nicht Geh mal, mach mal da so ein Ding hin Hier oben, ne? So Ja, warte Kann ich mich da drauf stellen? Das geht anscheinend Wechsel mal Warte mal Achso, oder kannst du selber machen Ne, guck mal, kannst du das? Aber ich komm jetzt nicht mehr hoch Das Problem ist, hier oben ist ein Magnet Alleine kann ich das Also wenn du nicht oben bist, kann ich das Doch, du kannst dich hochhangeln Du kannst dich hochhangeln Wo hoch, denn wie hoch? Nach oben Äh, hier? Mit dem Seil Ja, so Jetzt schau mal hier drauf So, jetzt warte mal Die sind jetzt beide Das ist natürlich Bisschen blöder Müssen wir am besten beide hier oben Dann kannst du den unteren weg machen Warte mal, ich schieße den mal ab Oder? Nicht, dann machst du den kaputt Ne, ich mach den nicht kaputt Aber so kann ich dich nicht bewegen Ja, wegen dem Seil Ich muss es abschießen So Jetzt Ne, aber jetzt Aber du musst es abnehmen Das höher etwas Ja, so hab ich mir das gedacht Uff Ja, ich komm hier nicht weg Oh, der hat mich vor Aber der schießt doch nicht Oh, ich Doch, jetzt Na, jetzt kommt der nicht zu mir Doch Aber der Ja, weil du immer auf der falschen Seite bist Der muss schießen So schießen, dass du das nicht abkriegst Ich bin gleich tot, weil ich die Dinge alle abkriege So, jetzt schießen Ja, der schießt mich nicht mehr an Ne, der will auch Ja, wieso geht das nicht? Er hat doch krank geschossen Ja, nein, du bist wieder im Weg gewesen Ja, ich renne extra zurück Warum bist du nicht vor mir? Weil du nicht hinter mir stehst Sonst kann ich das nicht ablocken Ja, wie weit soll ich doch Hinter mir Oh, schon wieder? Haha, flieh nur, du feiges Blechherz Hier machen wir allerdings nochmal einen kleinen Cut Und sehen den Rest dann in der nächsten Folge Ciao Vielen Dank für dein Like Wenn du mehr davon sehen möchtest Dann darfst du mich auch gerne abonnieren Und dann